die festung des schakals ist eine festung überrennen ist dies der ort ja kemsitz festung der stieg befindet sich dort drinnen sind die männer bereit ja am anderen gut wenn kemsitz sich dort aufhält wird ihn keiner an außer mir ok wir spielen jetzt als quasi die bauern wahrscheinlich ein level nachbars überdrüssig sein vielleicht helfen sie uns so was haben wir denn hier das haben wir schneller geld sonnenfinsternis angriffssteiger tempo und die armen armee alles klar gut 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 nur mal rechten haben wasser hört mich an folgt ist mir jetzt ich bin am an die feine von kensitz helft uns und wir werden verhindern dass er euer land weiter blindert wir helfen euch bringt den bauern im fluss delta die gute kunde am aft ok alles klar So, dann mach schon mal Skorodil weg, weil das würde mich hier wahrscheinlich angreifen irgendwann. Du guckst dich mal ein bisschen um. Hier geht's aber ganz schön weit rein. Komisch. Okay, es scheint noch ein anderes Dorf zu sein. Kann es sein? Viele Büffel? Okay, das können wir auch noch übernehmen, quasi. Diese Türme werden den Hafen beschützen, während ihr eine Flotte aufbaut. Meinst du? Mal gucken. Wir sollten die Insel erkunden, bevor wir unseren Brückenkopf am Strand errichten. Ja, ich bin dabei. Okay, Skorodil ist schon mal gut. Ganz schön viele Tiere hat sie ja, Wilde. Ach, das gehört nicht uns. Oh, Gottes Willen. Das ist natürlich dann bescheuert. Da hätten wir dann noch eine Rekir? Seesoldaten. Okay. Seesoldaten. Ich hoffe, die greifen jetzt dann noch heran. Wo ist denn meine... Ich habe kein Tempel, oder? Ich habe kein Tempel, oder? Ich habe kein Tempel, oder? Gehen wir aber einen Tempel in die Sp Vallahi, oder? Ach, jetzt gehören sie uns? Gerade eben haben sie noch nicht uns gehört. Einen Kirchen? Ein kaputtes. Kann natürlich auch sein, dass unsere Heldin das machen muss mit den Dörfern. Ich weiß es nicht. Können die mir jetzt mal vorstellen. Ich muss noch ein paar mehr rumschicken. Das dauert mir das jetzt vielleicht. Wie viele Dörfer kann ich den Bauen um Himmels Willen? So, kipp das mal ab und dann machst du. Was machst du denn? Ah, die können dann tatsächlich uns ok. Krass, krass, krass! Verstehen wir zu dem, der das da egal gibt. Das gehört dann alles uns egal wo die hin läuft. Ok, das ist natürlich geil. Und da sind auf jeden Fall Gegner. Ja. Macht ihr mal so lange Gold, bis ich weiß, ob ich euch hier das Ding errichten lasse. Meine Heldin müsste mal zu dem Ding her. Und ihr. Ich würde gerne eine Festung bauen. Ich bin nur noch ein bisschen überfragt, wo ich die am besten dann hinsetze. Machen wir mal da hin. Kein Plan. So, das können sie auch uns. Das ist gut. Kannst du da die Reliquie noch mitnehmen. Machst du da hin. Und dann gehst du mit. Das sollte ich eigentlich einfach mit ihr machen. Zu spät. Zu spät. Ich müsste hier mit ihr auch noch rumlaufen, glaube ich. Okay, aber hier scheint, glaube ich, nichts mehr zu sein. Habe ich überhaupt Fisch? Naja, das hat sich jetzt nicht zu klonten. Nee. Also mal so gar nicht klont. Das ist doof. Nee, das ist ein C-Transport. Den brauch ich gar nicht. Oh, okay. Oh, okay. Okay, scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir mal hin. Da ist auch nichts mehr. Das ist gut. Der könnte auch weg. Ich hätte auch den schieben können. Alles klar. Ähm, was machen wir noch? Wir müssen mal ein paar Monumenten bauen auf jeden Fall. So, ich muss kurz aus den Fenstern gucken. Irgendwie höre ich meine Kinder rumschreien draußen. Die sind beim Opa. Beim Opa, Opa. Das schafft der doch, oder? Auch wenn das nur der Pharao ist. Oh. Das schafft der nicht. Hätte ich doch sie nehmen sollen. Alles klar. Into. The Unified. Oh, nein. Wie heißt es? Wie heißt es? Ah, ja. Mit der Zeit will ich ja alles haben, ne? Aber... Ähm, ich hoffe es einfach mal, dass es erst richtig losgeht. Äh, wenn ich angreife. The Unified. Das fände ich geil. So, ich habe mein Pharao verloren, ne? Das war ein bisschen doof. Ganz dezent. So, ich würde auch gerne da oben noch ein paar Türmchen dann hinbauen. Weil der eine, also zwei, das finde ich echt ein bisschen wenig. Und dafür ist der hier von Arsch. Hä, 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 hä. Hä, hä. Dann müssen wir die auf jeden Fall gut aufrüsten. Was? Jetzt ernten die schneller. Warum tut mir der Böse hier einen Zauber geben, damit wir schneller... ...ernten. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Naja, wenn du meinst. Ist nur leider jetzt rum. Egal. Was wir machen müssen, ist, müssen wir irgendwo anders ein Gold holen. Wir hätten hier ein Gold. Warte mal, wann hier hinten nicht? Hier ist 3 Gold, ja gut. Sonst ist überall nur eins. Und das ist gleich leer. Da ist auch noch eine. Oh, Angriffstür. Hallo, Schippis. Finde ich nicht so toll. Habe ich überhaupt noch einen Tempel frei? Nee. Könnt ihr denn mal noch einen Tempel bauen oder zwei? Aber das kann ich doch du holen. Da kommt ja kein Gegner. Wahrscheinlich. Ich speichere mal zwischendurch bei dem Level, glaube ich. Wollte ich hier einen Arbeiter hochschicken, der hier noch ein paar Türmchen baut? Okay. Brauchst du denn schon irgendwas? Blaues Waffen sollte ich mal mitnehmen? Hm. Schön. Dann haben wir das auch. Ähm, was da brauchen wir noch? Und? Und? Hm. Dann brauchen wir auf jeden Fall Dorfhäuser. Und dann da hier noch eins. Und dann können wir ganz viele Häuser bauen. So, vielleicht schon mal anfangen. Ja, ganz viele Häuser waren sie jetzt nett, aber immerhin. Kann ich keine Schickröne bauen? Ich höre komische Gerüche. Äh, okay. Wieso sind da drei so Dinger? Genau. Könnte ich mal meine Hände in Bruder schicken? Da ist auch noch Gold. Ähm, wir könnten mal... Warte mal. Nicht zu dem Gold, sondern wir nehmen mal das da. Ne, halt. Nein, 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 nein. Das war bloß. Wir machen das hier unten. Wir lassen hier ganz viele jetzt mal sammeln und machen dann Reichtum drauf. So. Ach ne, da ist schon was. Warte mal. Ist was Falsches? Ich wollte doch... Da hin. Okay. So. Ich hätte kein Feuerschiff oder sowas. Das wäre noch mega nice. Muss ich ja noch eine Zeile da hoch? Oh, ich muss ja noch eine Zeile da hoch. Eieee. Kennen Sie, da reicht das Heroische Zeit aller. Ja, ich sollte auch mal gucken, dass ich eins hochkomme. Da gebe ich recht. Was ist da eigentlich alles? Wieso kämpft ihr jetzt gegen die? Ach, das sind jetzt cool, die ihr das seht. Ja. Das sind keine? Ne. Das sind normale. Mist. Das wird sie nicht schaffen. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. War eigentlich zu erwarten. Die ist halt auch nicht die stärkste, ne? Das ist halt auch so. So, meine Freunde. Ihr dürft mal hier weitermachen. Und ihr kriegt mal einen schönen Sauber drauf. Könnt ihr schön Gold rotten. So. So, wie geht man da rein, bitte? Ja, ich weiß nicht genau, was ich so nehmen soll. Das da hätte ich jetzt aufgehend... Oh, Marktplatz erstmal bauen. Okay, das kriegen wir hin. Lass mal den V vor, dann kannst du ihn nicht reinmachen. Achso, der kämpft eher von der Ferne. Okay, jetzt müssen wir echt überlegen. Ich hätte ja eigentlich gern alles, ne? Gebt mal aus dem Weg, Freunde. Dann nimm du das. Kommt rein. Da, was ich... In which? I wanna gehen. In you. In which? So, Bord mal schnell bitte, damit ihr das ablegen könnt. Zum Beispiel die anderen. Ich stehe immer hier vorrücken. Kann ich die 2-Miga-Preise nehmen? Ich stehe immer hier vorrücken. Ich stehe immer hier vorrücken. Ich stehe immer hier vorrücken. So. Was ist da passiert? Krokodil. Krokodilchen ist da passiert, glaube ich. So, ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Armee. Und vor allem auch Richtung nächstes Zeitalter. Und hier finde ich ja doof. Also da hätten wir Schlachtschildkröten. Ich würde auf jeden Fall auf die Schlachtschildkröten gehen. Die sind cool. Es lohnt sich zwar nett, aber wir machen es mal. Ja, ein paar Priester werden schlecht vielleicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall Elefantis. Ich glaube, wir gehen auch hauptsächlich auf Elefanten. Dann gehen wir auch schon mal ein wenig hoch. Oh, was hier passiert ist. Okay. Habe ich eine Waffenschmiede denn schon gebaut? Ja. Ja, das Turm ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Eine Waffenkammer brauchen wir noch, glaube ich. Kann sein, dass ich die schon irgendwo habe, aber keine Ahnung. Ich würde öffnen. Ich frische mal alles auf. Ich komme hier schnell wieder hoch. Ich brauche noch ein bisschen mehr Nahrung, könnte ich dann langsam machen. Ähm. Machen wir mal hier noch ein paar Leute für Nahrung. Ja, wir gehen definitiv gut auf Kriegselefanten, glaube ich. Und dann nehmen wir uns noch Katapulte definitiv mit. Okay. Ähm. Ihr müsst halt noch ein bisschen Nahrung machen. Hier. Hier. Das wird auch geil. Ich weiß nur genau, was wir weghauen. Das müssen wir mal gucken. Oh, guck mal. Kann man den hier anlegen? Hier. So. Okay. Okay. Brauchen wir aber ein gescheites Seeflotte wahrscheinlich, ne? So. Ja, jetzt wird's doch. Ach. Das ist so geil. Das ist so geil. Okay. Ähm. Dann... Hier. Die Phönixen sind auch geil, ne? Die Phönixen sind schon cool. Okay. Okay. Guck mal da, dass man Nahrung sammeln wird. Boah. Die sind schon cool. Ja. Die haben schon was, ne? Ah, die Kriegselefanten werden jetzt auch richtig gut. Äh, werden schneller ausgebildet. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Schneller ausgebildet. Nee, das lassen wir mal, glaube ich. Wir brauchen jetzt mal kurz... Ach, scheiße. Äh, Kriegsflotte, Kriegsflotte. Und dann guckt man nämlich mal, was da so abgeht. Ich befürchte, dass die hier unten nämlich bald fällig sind. Na, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Was war denn hier, Leute? Ah, ich habe euch gebaut, damit ihr Nahrung macht, glaube ich, gell? Wobei ihr, glaube ich, eigentlich zu viele seid inzwischen. Naja, komm. Kann sein, dass ich euch wieder umbringe bald, aber... Ich kann schon mal raus schauen. Royg, ha. N-Way. G-Z, G-Z, G-Z. E-U-R-I-F-E-R. E-U-R-I-F-E-R. Ach, die werden das Gokodiki, oder was war das hier jetzt, wieder? Da, Yuh! Hat! Eeeh! N-Wilch! D-Wig! D-Wig! Da, Yuh! D-Wig! 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 Kommt doch wieder nicht an, oder? Hä? Wie ist es doof, oder was? Aber die Affen sind doch lieb, oder? Ja, da ist noch ein Komodil, oder? Mal gucken. Die Phhoenixes sind schon gut. Okay. Na, da finde ich gut, er kann da bleiben. Seht, Riesenschildgräten geschickt, um Kemsis Insel zu verteidigen. Was soll er machen? Die Türmen regeln das dann schon. Wenn jetzt die Flotte kommen sowieso. Und er kann auch noch Riesenschildgräten. Die sind geil. Richtig stark. Aber jetzt gehen wir mal kurz gucken. Wie es denn so aussieht. Boah, das Level geht ja schon halbe Stunde. Ich müsste eigentlich mal Pause machen, verdammt. Klasche 4. Klasche 4. Also hier können wir dann auf jeden Fall anlegen, theoretisch. Die sind doch stark. Nachdem ich gelesen habe, dass die Leute beherbergern, habe ich erst gedacht. Was ist denn das da hier? Oh, ne Schiff. Ich glaube das spinnt. Dass die echt schwach sind, aber die sind doch gar nicht so schlecht, ne? Vor allem so als Transportmittel, wenn die jetzt sind schlecht. Die sind doch gar nicht so schlecht. Kleine paar Dorfbewohner. Entfernen. Na ja. Die Katapulte habe ich jetzt aber keine Schmer. Das sind 20 rein in so einen Livyatan. Das ist natürlich schon geil. Könnt ihr echt drüber fliegen? Übers Wasser? Scheint so. Okay. Okay. Geht so besser. Ich hab zu viele Leute. Oh. In which. Gehre. 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 Shh. Kann ich die auch rein schicken? Nee, das wäre jetzt auch bisschen komisch gewesen. Die Schickgründen sind nicht ganz so oben. Ach, so. Wenn dir das, kriegt dir das gefällt, ja. Macht dir super. Die Schickgrönen, die halten so viel aus, das ist der Hammer. Das ist echt krass. Spend. So, also. Ich bin die Libertane. Das ist übrigens ein Schiffen durch, ja. Ist das jetzt echt von uns geflüchtet? Ich werde eingefallen. Ich werde eingefallen. Ich mag die Geräusche. Frecher Hüpfer. Ein frecher, frecher Hüpfer ist das. Klar, ich will wohl nicht, dass ich mich hier anschließen lasse die ganze Zeit. Ihr trefft den in dessen, oder was er? Ich hatte doch drei Leviatane, oder? Hatte ich nicht drei Leviatane? Und warum brennst du sofort weg? Ach, du gehst heilen. Wo ist denn mein Dritter? Ach, der hat noch nichts drin. Ja, dann ist es okay. Ich glaube, er hat gerade noch einen Entschimpel. Ich bin nicht drei Leviatane, oder? Ich bin nicht drei Leviatane. Ich bin nicht drei Leviatane. Ich wurde das Dich. Aber das muss man sich nichtрушisch. Ich bin nicht drei Leviatane. So, mach mal das Ding da weg. Ja, ich weiß, der Trupp schießt, ist doof, aber... Ja, ich weiß, dass das Ding in Tui ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh ja, da geht's! So, rein da jetzt! Grüßt, Leute! Die Heidefaden sind dann langsam das einzige, was ein bisschen schwieriger ist. Wir haben da eine Festung, Freunde. Die müssen wir mal ganz dringend hier weghauen. Ach, das ging jetzt nicht. Oh, doch, es geht. Phönix-Ei! Schmeckt das da wieder, oder wie? Hm. Warte auch noch. Das schießt hier auf jeden Fall. Ist auf 10 hoch. Das von unten schießt jetzt auch, okay? So, da haben wir die Kiste. Kämpft, Freunde, kämpft! Und da haben wir unser Phönix-Ei zerstört. Was greift für Felix? Ah, ja. Ha! Geil! Okay, das ist cool. Das wusste ich jetzt nicht. Ich muss doch hier... Da ist doch eine Truhe! Na, Glückwunsch! Vielleicht brauche ich die. Ich bin gerade sicher, was ich machen muss. Ach, mal den Leuchtturm weg. Gefällt ja das. Speichert jetzt mal. Ja, du machst schön weiter. Das ist gut. Mach mal da die Dinger weg. Vielleicht liegt es ja daran. Die Schenkröne sind halt echt nicht ohne, ne? Die Schenkröne sind halt echt nicht ohne, ne? Geil! 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 Was ist jetzt mit dieser Kiste? Muss ich die komplett glatt machen, die Leute? Oder wie? Darf wir wo noch mal rein, hier? Geil! Weinen die Meathani sind tot, oder was? Ich hätte echt einen Dorfbewohnung drüber nehmen müssen, das ist echt so echt, das ist ätzend. Oh, oh, ist du dich kemset. Oh, wir müssen kemset zoomen. Oh, 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 oh. Okay, man muss halt doch den Abbruch jetzt irgendwie ein bisschen gleich. Wir haben die Truhe des Orsieres eingeholt. Wo ist mein Erzfeind? Okay, also muss das sie doch her. Hätte ich also schon viel Feuer schafft, hätte ich die Hilde mitgenommen. Naja. Ich habe etwas, was ich euch schon geben wollte, seit ihr vor mir beim Tempel davongelaufen seid, kemset. Nichts wäre mir lieber, als mit eurem Blut den Wüstensand zu färben, Amanra. Aber ich kann meine Zeit jetzt nicht mit euch verschwenden. Oh. Feigling! Eure Zeit wird bald kommen, Amanra. Sehr bald. Ey, den Leuchtturm habe ich doch zerstört. Ja. Ja.